Im Kampf gegen das Coronavirus sind jetzt auch Tests ohne akute Krankheitszeichen auf breiter Front möglich. Eine am Dienstag verkündete Verordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn legt dafür eine Reihe zusätzlicher Testmöglichkeiten auf Kassenkosten fest. Konkret sollen nun grundsätzlich alle Patienten getestet werden, die im Krankenhaus aufgenommen werden. Daneben können Gesundheitsämter oder Ärzte Tests für Menschen ohne Symptome veranlassen. Möglich werden damit etwa umfassende Tests bei engen Kontakten zu Infizierten. Zum Beispiel auch, wenn die geplante freiwillige Corona-Warn-App für Smartphones einen solchen Kontakt meldet. Auch Tests bei Corona-Ausbrüchen in Kitas oder Schulen sowie regelmäßige Reihentests in Kliniken und Pflegeheimen werden nun möglich. Die Regelung zur Kostenübernahme gelten rückwirkend zum 14. Mai. Auch für Privatpatienten und Menschen ohne Krankenversicherung. Bisher gibt es Tests auf Kassenkosten in der Regel nur bei konkretem Infektionsverdacht, also bei Menschen mit Symptomen.